Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir wollen jetzt hier in Pangaroa die Plantage unten mal fertig machen. In der Hoffnung, dass Bruce uns jetzt nicht attackiert. Okay, Bruce hat uns nicht erwischt. Nice. So, okay, dann wollen wir mal weitermachen. Wir haben ja jetzt alles Klebeband. Ich glaube, unten haben wir auch, also oben in der Stadt, haben wir auch alles abgefarmt jetzt, was wir brauchten. Wir haben Hunger, wie ich sehe. Und Durst. Und wir haben uns nichts geholt. Kein neues Wasser nachgefüllt. Ich hoffe, wir finden dann vielleicht noch was zum Trinken. So, dann können wir jetzt hier hoch und dann wieder durch diese Elektrowasser durchgehen. So. Da wären wir. Autsch. Zu früh. Wo mussten wir hin? Da waren wir, glaube ich, ja. Genau, hier war das. Und so. Genau, hier hat er gefehlt. Wie? Das war's. Wir können hier einfach durchs Wasser jetzt gehen. Hier ist jetzt offen. Und hier haben wir noch drei Klebeband übrig. So, hier haben wir eine Planke. Elektrischer Reiniger aufnehmen. So, okay, hier können wir nicht aufmachen. Wir gehen erstmal hier lang. Loading Bay. Hier geht's zum Elevator. Ah, ne, Kunststoff wollten wir nicht. Kann hier bleiben. Wo geht das denn eigentlich hin? Das würde ich gerne wissen. Aber okay. Loading Bay geht's da lang. Und da ist der Elevator. Ah, hier, genau. Können wir jetzt erstmal aufmachen. Ah, hier sind wir. Minus vier sind wir gerade. Okay, gehen wir mal hoch. Okay, ein. Oh, da ist wieder ein Lurker. So, den haben wir. Hallo. Okay. Hallo, ich will den... So, hier. Okay, dann gibt's hier wahrscheinlich irgendwo noch eine Münze. Wenigstens eine hätte ich gerne, ja? Na, eigentlich will ich... Wie viele haben wir von den Münzen? Zwei, drei will ich noch. Dann könnte ich ja den Rucksack schon kaufen. Dann braucht ihr den nicht selber herzustellen. Äh, was? Ja, da haben wir drei. Da hatte jemand wirklich an mich gedacht. Ich hätte diese Folge am 4. Mai aufnehmen sollen. Äh, hochladen sollen. Dann würde es dann zu mir wirklich passen. Das hätte ich wirklich am 4. Mai hochladen müssen. Das wäre es jetzt wirklich gewesen. War's das jetzt? Bis hier nicht mehr. Kann doch nicht sein, dass das jetzt alles war. Ja, mal schauen, wann diese Folge jetzt, äh, hochgeladen wird. Sehe ich dann jetzt als mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk vom Spiel selber. Hier, Rafter. Ach so, wir waren auf minus 4 fort, stimmt. Und auf 0 waren wir noch gar nicht hier, bei dem Fahrstuhl. Ah, okay. Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht weiter. Wir müssen doch damit irgendwie vorankommen, oder nicht? Von der anderen Seite verschlossen. Egal, wir holen uns jetzt einen Rucksack. Genau. Hier. Small Spender haben wir freigeschaltet. Okay. Äh, da. Jetzt haben wir mehr Platz in den Taschen. So, dann packen wir mal hier hin. Aber, jetzt ist nicht klar, wie geht's hier weiter. Wenn wir jetzt hier nochmal runtergehen. Irgendwie muss es doch eine Lösung geben, oder? Dahin geht's zum Elevator nochmal. Ja. Oder? Nee. Hier, ab hier geht's zum Elevator. Und das war ja das Ding. Hier haben wir noch eine Planke. So. Hier ist auf null. Haben wir hier irgendwo vielleicht einen Raum vergessen, übersehen? Ein Haus, eine Tür. Irgendwas. Ah, warte mal. Mach mal hoch. Ich glaub. So. Mund halten, bitte. Okay. Hier geht's. Wir müssen irgendwie in das Gebäude wahrscheinlich. Ich muss an dir vorbei. Entschuldigung. Nein, bitte eine Penislänge Abstand halten, ja? Okay, der, aua. Was ist mit dem? Ich tu ihm doch nichts, solange er mir nichts tut. Erst wenn er mir was tut, dann tu ich ihm was. Ich glaub wirklich vielleicht das hier ist es. Nochmal auf die vier. Da gibt's doch noch irgendwie Wege nach oben oder so. Wo geht's nochmal aufs Balkon? Ah, hier ist ja kaputt. Hier ist ja offen. Hier geht's ja weiter. Und das hatte ich irgendwie nicht gesehen gehabt. Bis jetzt. Er ist also, ich empfing zu hinterfragen. Na, Planken nehmen wir mit. Was haben wir hier? Nice. Hier müssen wir ja Kisten herstellen. Auf unserem Schiff. Okay, warte mal. Wo geht's denn weiter? Noch einen Schritt nach vorne, lieber nicht machen. Da waren wir von. Wir sind ja von da, hier so runter und dann so. Da müssen wir aber hin. Da. In das Gebäude müssen wir irgendwie. Jetzt ist die Frage, gibt's hier noch irgendwie die Möglichkeit, weiterzukommen? Nein. Toll. Wir müssen das Gebäude irgendwie nach ganz oben oder das hier. Autsch. Ich hab gesagt, eine Penis länger Abstand halten, bitte. Ja? Ich entschuldige mich aber jetzt schon mal für meine Sprüche, aber ich bin momentan irgendwie in dieser Richtung gelaunt. Also nicht mal böse gelaunt, sondern einfach, keine Ahnung. Ich hab, ich hab heute irgendwie so ein derben Humor. Ich glaub, das muss wirklich dieses hier sein. Ich hab bisher jetzt sonst keine Ahnung, wie wir da weiterkommen. Oder hier müssen vielleicht noch irgendwo was offen sein. Ne, es war nur da hinten das andere Zimmer mit dem aufgeschlagenen Fenster. Die andere Wohnung hier. Nicht hier, sondern hier. So. Jetzt ist ein bisschen heller, das heißt dann vielleicht sehen wir besser, genauer, wo wir hin müssen, um weiterzukommen. Vielleicht sogar hier entlang. Ja, wäre sogar möglich, dass wir hier entlang müssen. Ein Schrotthaken. Ein Schrotthaken, nice. Irgendwann haben wir wieder ein Schrotthaken. So, wir müssen da irgendwie hoch. Jetzt ist nur die Frage, wie? Wie kommen wir da nach oben? Durch das Gebäude wahrscheinlich. Ist das zu erkennen, ob das... Ist das zu erkennen, ob das... Ich hoffe, der kommt hier nicht rein. Ich hoffe, der kommt hier nicht rein. Anscheinend nicht. Oh, wir sind schon gleich am verdursten. Äh, wir müssen schnell was trinken, Leone holen. Aber wir gucken erst mal hier. Ist hier vielleicht irgendwo auch ein Fenster offen? Oder sowas. Oder sowas. Aha, da ist ein Fenster offen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rüber? Es muss doch irgendwie einen Weg da rüber geben. Wir waren doch da schon mal, oder? Vielleicht können wir das uns... Er cheaten. Und... Nein! Nein! Okay. Wahrscheinlich... Hier das hier nochmal. Die 6. Vielleicht ist hier irgendwo auch ein Fenster offen. Oh! Hier waren wir gar nicht. Noch mehr Münzen. Ähm... Ich würde aber sagen, wir gehen lieber erstmal zurück aufs Schiff. Machen wir uns nochmal ein bisschen Wasser fertig. Bevor wir hier verdursten. Bevor wir hier verdursten und elendig drauf gehen. Denn wir haben gleich wirklich... Nix nada niente, was... Trinken angeht. Da ist das Schiff. Da ist das Schiff. da sind wir schon so weit. Und verdursten. Da sind wir schon so weit. Und verdursten. Wir waren auch... Wir waren auch irgendwie runtergezogen worden. Vom Gefühl her. So, ganz schnell. Toll. Wir sterben auch schon gleich. Dann kommen Planken. Dann kommen wir hier mal rein. Sonst haben wir hier nix. Hier ne... Achso. Dann kommen wir da rein. Der braucht nur ne Batterie. Okay. Ich find das lustig, wie wir hier am verlusten sind. Ah, der ist immer noch nicht fertig. Okay. Wie lange braucht der? Ah, hier ist er auch schon fertig. Okay. So, Planke rein. Ah, jetzt. Okay, jetzt sind wir wieder voller Energie. Dann können wir hier... ... auch nochmal alles einlagern, was wir haben. Ah, das Ding muss woanders hin. So, was haben wir hier? Und hier haben wir nichts. Ich glaube, die Dinger packen wir hier rein. Oder warte, wir haben ja die zwei neuen Baupläne. Wasserrohr und... ... Dings hier. Die können wir mal eben schnell lernen. So, und so. Leckerischer Reiniger haben wir jetzt. Nice. Also, dann können wir jetzt die Baupläne hier... ... wieder reinpacken. Und dann müssen wir noch mal eben schnell was zu essen fertig haben. Haben wir was zu essen auf Tasche? Ja, wir haben Kartoffeln. ... so. Nein! Wird der nicht von Bruce attackiert werden? Okay. So, jetzt ist die Frage, welches war das nochmal? Ich glaube, das war Haus 6. Nein, hier sind wir falsch. Der soll bitte mich in Ruhe lassen. Ich glaube, hier war das, oder? Ist das Haus 6? Haus 6. Okay, ab nach oben. Na, aber echt, ich frage mich, wie konnte ich den Gang hier übersehen? So, hier haben wir, glaube ich, schon alles entdeckt, oder? Dann geht es hier noch rein. Keine Münzen. Ah, hier ist offen. Warte, gibt es hier noch was? Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. So, da haben wir ein Klavier. So, da haben wir ein Klavier. Den ich aber nicht spielen kann. Schade. So, dann schauen wir mal. Hier ist ein Treppenhaus. Okay. Und was gibt es hier? Ein einzelne... Äh. Ach, hier ist eine Münze. Okay. Verkaufsmarken haben wir wieder. Wie viele haben wir jetzt? Wieder vier. Boah, dann schauen wir mal gleich, was wir uns davon ein Schönes holen können. Hier geht es auch noch weiter nach oben. Da haben wir wieder eine Marke. Fünf haben wir jetzt. Da oben ist keine Marke. Schade. Alter, wie hoch geht denn das? Aber wir schauen uns das alles mal an. Wir brauchen ja jede einzelne Marke hier. Und jeden einzelnen Schrott. So. Sechs Marke haben wir jetzt. Okay, weiter hoch geht es nicht. Dann ist hier wahrscheinlich irgendwo ein Fenster offen oder so. Oh, hier noch eine Marke. Passt du mal eine Marke. Darunter her kann man nicht. Hier geht es weiter. Ansonsten ist hier gar nichts mehr. Yo. Das ist es. Ah, ein bisschen vom Timing her falsch. Mit der Musik meine ich. Trotz ein epischer Moment. Jetzt passen wirklich. Na, komm, ich will hoch. Ich will hoch. Yo. Haben wir hier noch alles? Nur Plastik? Nein. Hast du es? Das sieht sich, ich hole mir, oder wie? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020